Guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor dem 148. Pflichtspielderby, wenn ich es noch richtig habe. Morgen hier an gleicher Stelle um 15.30 Uhr gegen Borussia Dortmund. Für Sie hier oben als Ihre Gesprächspartner auf dem Podium unser Cheftrainer André Breitenreiter und unser Sportvorstand Horst Held. Damit eröffne ich die Fragerunde. Raphael Wiesweg. Der Kollege Elmar Redemann kann heute nicht. Man hat mich beauftragt, die erste Frage zu stellen, Herr Breitenreiter. Sie können es jetzt vielleicht erahnen. Es geht um das Personal. Da ist ja einiges passiert diese Woche oder in den letzten sieben Tagen. Sei es Martian Nassasic, steht ja vielleicht wieder im Kader. Was ist mit Fabian Giefer, Sidney Sam, Max Meier ist ja auch etwas später erst wieder dazugestoßen. Ja, Leon hat sich ja eine erneute Schulterverletzung zugezogen. Eine andere, das war jetzt keine Folgeverletzung der letzten, sondern er ist ganz unglücklich gefallen und hat sich eine Kapselverletzung im Hintenbereich der Schulterecke längst zugezogen, sodass er ausfällt. Fabian Giefer hatte Adduktorenprobleme, hat die ganze Woche nicht trainiert. Die Ursache liegt am Rücken, da wird er jetzt behandelt und hoffentlich steigt er nächste Woche wieder ins Training ein. Jetzt wird er nicht zur Verfügung stehen. Sidney Sam hat sich einen Faserriss in dieser Woche zugezogen im Adduktorenbereich, wird wohl vier bis sechs Wochen ausfallen und somit im Grunde für diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich muss dazu sagen, es ist schon schade für ihn, auch wenn er sicherlich jetzt sportlich nicht die große Rolle bisher gespielt hat, aber er hat zumindest mal seit Rückrundenbeginn jede Einheit mitgemacht und war da körperlich auf einem guten Weg, dass er durchgehalten hat und sich nicht verletzt hat. Jetzt hat es ihn leider erwischt. Und Beny Höwedes, ja, die Verletzung, die er sich im Trainingslager zugezogen hat, ist soweit eigentlich ausgeheilt. Er hat Fußprobleme aktuell, ist eine alte Problematik, mit der er sich schon wohl viele Jahre beschäftigt, die ihn momentan noch daran hindern, dass er am Mannschaftstraining teilnimmt. Max hatte einen Ansatz der Mandelentzündung, das Antibiotikum hat schnell angeschlagen, sodass er jetzt schon seit einigen Tagen wieder im Training ist. Der Rest ist fett, hoffentlich. Jan Bochner. Herr Breitenreiter, welchen Wert hat dieses Revierderby für Sie und wie nehmen Sie das auch so über die einzelnen Grenzen hinaus wahr? Ja, das Spiel, und das spürt man bei vielen, die dicht um uns herum sind, die seit vielen Jahren da sind, hat eine besondere Bedeutung. Es ist auch völlig egal, wie groß der Tabellenunterschied momentan ist. Es ist völlig egal, welche Philosophien da sind. Es ist ein besonderes Spiel. Und daraufhin haben wir heute auch in der Analyse zu 100 Prozent eingewirkt. Wir haben auch daran erinnert, was auch hier in Dortmund passiert ist mit Jubelszenarien nach Torerfolgen. Das fanden die Schalker, nicht nur die Mitarbeiter, ich glaube auch die Fans nicht besonders witzig. Und da gilt es morgen, auch diesen besonderen Spiel, auch wirklich ein besonderes Spiel zu machen. Herr Breitenreiter, Sie haben nach dem Spiel in Ingolstadt durchaus auch Kritik an der Mannschaft geübt. Haben Sie in der Woche jetzt am Anfang gemerkt, dass die Spieler darauf eingegangen sind? Haben die Spieler im Training auch schon eine Reaktion gezeigt? Zunächst einmal, glaube ich, steht es mir zu. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es ein Zickzack-Kurs ist. Ein Trainer muss immer hinter seiner Mannschaft stehen. Das tue ich auch nach wie vor. Dennoch ist es doch völlig klar und auch legitim in meiner Betrachtungsweise, dass wenn man gewisse Dinge mehrfach intern bespricht, dass man dann auch mal den Ansatz der Öffentlichkeit sucht, wenn sich diese Fehler und diese Verhaltensweisen wiederholen. Und das war für mich wirklich ein sehr enttäuschendes Spiel. Und das ging auch bis Mitte der Woche. Da bin ich ganz ehrlich, das habe ich den Jungs auch so mitgeteilt. Und ich glaube nicht nur verbal, sondern auch in meiner Art und Weise. Damit war ich nicht einverstanden. Und noch nie hat eine Mannschaft, die ich trainiert habe, so wenig gegen Widerstände investiert, wie wir es in Ingolstadt getan haben. Und das hefte ich mir auch ans Revers, dass es auch mir bis heute nicht gelungen ist, das konstant abzurufen. Und das hat mich sehr enttäuscht. Und darüber haben wir intensiv gesprochen. Und die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. Sie hat wirklich gut trainiert. Wir haben gestern wirklich ein tolles Training gehabt, wo wir uns auch im Detail auf den Gegner vorbereitet haben. Sie zeigen sich, bis sich motiviert. Sie sind jetzt vorbereitet auf alles, nicht nur taktisch, sondern auch emotional. Aber letztendlich liegt es dann nicht mehr in meiner Hand, in unserer Hand, sondern auf dem Platz müssen, dass die Spieler selber regeln. Und das erwarte ich, dass sie morgen, auch wenn keiner mit uns rechnet, wenn jeder uns mit Füßen tritt, zurecht für Leistungen wie in Ingolstadt. Aber morgen ist ein neuer Tag. Und da erwarte ich, dass wir uns wehren. Morgen darf kein Widerstand zu groß sein. Egal, ob wir einen Rückschlag erhalten, da müssen wir da sein. Und wir müssen wehtun und das Bestmögliche geben. Zu was es am Ende reicht, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber das muss ich erwarten können. Und da bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass das morgen der Fall sein wird. Noch mal, Dirk Großen-Schlamann. Sie haben den Kollegen vom Print gesagt, dass niemand unantastbar sei außer Ralf Fährmann. Planen Sie für morgen personelle Konsequenzen aus der Leistung aus Ingolstadt? Oder sagen Sie, die Jungs haben in der Woche so viel gezeigt, dass das, ich sage jetzt mal, vergessen ist? Ja, letztendlich muss man irgendwann auch abhaken und dann auch wieder sich auf das neue Spiel konzentrieren. Also ich bin mit Sicherheit nicht beleidigt oder nachtragend, denn das ist der verkehrte Ansatz. Fehler werden angesprochen. Wir haben über diese Dinge intern ja schon mehrfach diskutiert. Deswegen auch diesmal der öffentliche Weg, um auch die Reize der Spieler zu erreichen. Weil das dann ja doch eine andere Art und Weise der Kritik auch mal ist. Und wenn ich sowas sehe, da geht es ja auch mal um ein Ehrgefühl, um Stolz, mich nicht so zu ergeben. Und ich denke, das ist gelungen. Aber letztendlich werden wir das auch erst morgen auf dem Platz sehen. Ob die Mannschaft verunsichert sein wird, ich glaube es nicht. Denn wir nehmen uns viel vor. Wir sind positiv gestimmt. Wir haben in diesem Spiel eine Chance, weil wir auch zu Hause spielen, aber weil wir auch mit aller Macht unser Bestes geben wollen. Und deswegen werden wir versuchen, alles das abzurufen. Und ja, ob es am Ende reicht, werden wir sehen. Nochmal die Gruß, Schlamann. Herr Held, es wird Ihr letztes Revierderby erst einmal sein auf Schalke. Mit welchen Gefühlen gehen Sie morgen hier in die Arena? Ja, ich freue mich auch auf das Spiel. Das brauche ich ja nicht erwähnen, dass es halt ein besonderes Spiel ist für alle Beteiligten. Und ich weiß, dass die Mannschaft sehr exzellent vorbereitet ist vom Trainerteam, vom André, dass sie alles mitbekommen hat, was sie bekommen muss, um so ein emotionales Spiel halt auch zu bestehen. Und in der Tat ist es so, jetzt müssen sie sehen, dass sie das auch auf den Platz kriegen halt. Und da erwarte ich natürlich, dass sich jeder da voll reinhängt. Es steht viel auf dem Spiel für uns dahingehend, dass man halt einfach sich wehren muss. Das, was in Irgendwo schon passiert ist, darf halt natürlich nie passieren, aber schon gar nicht, wenn man eine Wichtigkeit von so einem Spiel definiert, morgen schon gar nicht. Und deswegen erwarte ich, dass, nachdem sie so gut vorbereitet sind, auf alles eingestellt worden sind, auch emotional noch vieles mit auf den Weg bekommen haben, dass sie das halt auch mit ihrer Professionalität auch dementsprechend umsetzen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir morgen ein super Spiel abliefern halt. Und klar wünscht sich jeder von uns Schalkern, dass man dieses Spiel gewinnt. Und das wäre natürlich beim letzten Derby für mich persönlich, was nicht das Wichtigste ist, aber für mich persönlich wäre es natürlich dann schön, das ist doch klar. Uwe Dietz. Herr Clemens Tönitz hat angekündigt, dass Ihr Nachfolger schon Anfang Juni hier in Schalke aufschlagen soll. So hat er es, glaube ich, sogar wörtlich gesagt. Gibt es da Absprachen? Da läuft ja meines Wissens Ihr Vertrag auch noch. Sie sind ja noch im Dienst bis Ende Juni. Gibt es da irgendwelche Absprachen jetzt schon, wie das dann laufen soll, rein taktisch oder fachlich? Wir werden nicht zusammen an einem Schreibtisch sitzen. Das können Sie sicher sein, aber wir werden uns sicherlich auch dementsprechend dann nochmal austauschen. Es gibt noch kein festes Datum, es gibt noch keinen Ablauf. Aber es ist auch klar, dass irgendwann mal, das vielleicht dann wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, am 1.7. die Geschäfte erst aufzunehmen. Aber über Details haben wir uns leider noch nicht unterhalten. Dirkusse Schlamann. Ja, Dirkusse Schlamann. Herr Breitenreiter, man merkt, dass Sie mit Emotionen dabei sind, auch vor dem Derby jetzt schon gerade in Ihrer Ansprache. Haben Sie für morgen was Spezielles geplant in der Kabine oder irgendwie sowas, um die Jungs nochmal anzustacheln? Oder wird vielleicht auch jemand von den Spielern? Ich glaube, das gab es schon mal hier, dass Benne, glaube ich, vor dem Spiel mal die Ansprache gehalten hat. Haben Sie irgendwas Besonderes geplant? Ich persönlich nicht, vielleicht der eine oder andere, aber letztendlich benötigt auch morgen normalerweise keine zusätzliche Motivation. Also wenn das nicht jedem klar ist, das haben wir vorhin auch gesagt vor der Analyse, wenn nicht jeder weiß, um was es geht, dann soll er jetzt bitte aufstehen und rausgehen, weil dann kommt jemand anders, der es verstanden hat. Es sind alle sitzen geblieben. Also gehe ich davon aus, dass jeder weiß, um was es morgen geht und da braucht man keine Zusatzmotivation. Erstmal ist es das Derby, was für unsere Fans und für alle drumherum unheimlich wichtig ist. Und das Zweite ist, dass wir auch eine beschissene Leistung in Ingolstadt geboten haben in der Art und Weise und da auch das besser machen wollen. Und das ist morgen unser Ansatz und da braucht man normalerweise gar keine Worte mehr finden. Da bin ich als Spieler top motiviert und gebe mein Bestes. Das heißt nicht automatisch, dass man gewinnt, aber das nehmen wir uns vor. Wir wollen morgen gewinnen und das mit der bestmöglichen Leistung und dann haben wir auch eine Chance. Uwe Dietz. Also ich denke, dass das, glaube ich, tatsächlich unbestritten ist. Aber das Problem war ja im Laufe der Saison immer, wenn dieser Rückschlag kam, also gerade ein Gegentor, dass dann, hat Max Meier uns gestern noch so erzählt, dass dann halt die Köpfe runtergehen und man einfach nicht mehr imstande ist, vielleicht dann den entscheidenden Schritt zu gehen. Was kann man da von außen tun, um diese Mentalität letztlich zu wecken? Das ist ja auch ein psychisches Problem am Ende. Ja, das ist es, aber das ist für mich auch eine Sache von Führungsspielern, die dann auf dem Platz nicht in die Verantwortung gehen. Das kann ich nicht immer nur von jungen Spielern erwarten, die müssen da hineinwachsen, sondern da muss ich mich dagegen wehren und da muss ich kritikfähig sein auf dem Platz und dann muss ich Anweisungen befolgen und da muss ich einfach auch durch Körpersprache zeigen, dass ich dagegen angehe und das tun wir nicht. Es ist mir zu einfach, wenn ich sage, ja, da geht der Kopf runter und dann ist das so. Das weiß jeder, der gespielt hat, dass es mental schwer ist, wenn man Rückschläge leidet, dass man dann zurückkommt und man erst dann Vertrauen gewinnt. Wenn man häufig auch Rückstände aufgeholt hat, ja, dann hat man dieses Selbstverständnis. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es schwer. Aber ich muss mich dagegen wehren, ja, und ich muss marschieren und ich kann Zweikämpfe gewinnen. Denn die entscheidenden Zweikämpfe haben wir auch in Ingolstadt verloren. Das ist das Mindeste. Ich kann auch in Ingolstadt verlieren, ja, durch eine Standard- oder durch ein unglückliches Tor. Überhaupt kein Problem, aber nicht so, ja, und deswegen gibt es trotzdem aber auch genau die umgekehrte Situation, wenn ich auf Ihre Frage zurückkomme. Immer in Momenten, wenn wir mit dem Rücken richtig an der Wand standen, ja, da hat die Mannschaft genau das alles abgerufen und dann haben wir in der Regel auch die Spiele gewonnen. Ja, ob es zu Saisonbeginn war, ja, als die Mannschaft sich in der Pflicht gefühlt hat, nach der letzten Saison richtig Gas zu geben. Da waren wir in der ersten Phase wirklich überragend gut drauf, haben ja den besten Saisonstart gefeiert, will ich auch jetzt nicht nochmal durchkauen. Ja, ob es nach dem Bremen-Spiel war, wo die, wo, ja, nicht belegte Gerüchte die Runde gemacht haben. Danach haben sie eine Reaktion gezeigt, Darmstadt besiegt, Wolfsburg besiegt, ob es nach Donnitz war, sieben Punkte in Folge, da hat die Mannschaft das Gesicht gezeigt. Das alleine reicht mir aber nicht, ja. Ich bin jemand, ich möchte, dass die Mannschaft zumindest eine Sockelleistung in jedem Spiel abrufen muss. Und das ist immer das Beste, immer das Maximale aus sich herauszuholen. Und da sind wir, ja, und das ist schwierig im Ansatz, wirklich auch zu trainieren, sondern das hat eben was auch mit Eigenmotivation zu tun. Und das ist meine Aufgabe, ja, eine Mannschaft dahingehend zu entwickeln, beziehungsweise, ja, auch zu verändern vielleicht, die das immer gewährleistet. Das sind saubere Jungs und ich lade jeden zum Grillen ein, gerne, kein Problem. Das sind wirklich alles tolle Charaktere, aber ich warte auch auf dem Platz mal Schweinehunde, die dagegen angehen. Und da müssen wir weiter arbeiten und die Jungs dahin bekommen. Und da müssen wir weiter arbeiten und die Jungs dahin bekommen.